TV Children's Hour Schöne Bescherung im ZDF Wenke Mühre entführt sie auf eine zauberhafte Reise durch die Musik Norwegens. Mit dabei André Rieu, Johnny Logan und viele, viele mehr. Festlich wird es, wenn Marianne und Michael die schönsten Weihnachtslieder präsentieren. Vorgetragen von den Stars der Volksmusik. Ein fröhlicher und stimmungsvoller Abend. Weiter geht es unterhaltsam mit Gunter Berger und Christiane Hörbiger. Ein Diebstahl... Was machst du denn da? ...hat Konsequenzen. Ach, sowas wie späte Reue, ja? Nein, eine Frage der Ehe. Ihr Heiligabend. Schöne Bescherung im ZDF. Hallo liebe Zuschauer. Warten Sie vielleicht zufällig auf einen netten älteren Herrn mit weißem Bart, rotem Mantel und einem Rentier? Kein Problem, denn genau der kommt jetzt. Ein liebenswerter Großvater, für den es nichts Schöneres gibt als Weihnachtsmann zu spielen. Das ganze Jahr hindurch, im Winter wie im Sommer. Einfach toll. Naja, wenn man nicht gerade neben ihm wohnt. Die Nachbarn setzen alles daran, den alten Zausel zu vertreiben. Aber was wäre unsere Welt ohne einen Weihnachtsmann? Noch dazu einen Weihnachtsmann aus Leidenschaft. Dieser Film beruht auf einer wahren Geschichte. Untertitelung des ZDF für funk, 2017